Oh, 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 das wird einige freuen. Es gibt eine dicke Überraschung im Shop. Ich würde sagen, wir gehen direkt einmal drauf und dann sollte man es gleich auch schon oben sehen. Und zwar hier, es gibt Gratissachen am Start. Sehr, sehr nice. Die Sachen hier hinten, die gab es schon vor knapp einem Jahr und die hier vorne sind jetzt neu. Riesiger Fan als Emote. Und, ja, man holt hier dann so einen riesigen Fächer raus und, ja, das ist jetzt einfach mal ein Gratissemote. Werde ich mir gleich auf jeden Fall holen. Für null V-Bucks natürlich mitnehmen. Sollte jeder so machen. Ich habe also hier auf jeden Fall dann dieses neue Mode und dann gibt es noch eine Moticon, wo man halt so einen Regenbogen wirft. Okay, daneben die Sachen, wie gesagt, sind auch sonst Musikstück. Hier geht es auch noch mal eine Moticon, noch einen Ladebildschirm und einen zweiten Ladebildschirm und ein Spray. Das Zeug, wie gesagt, vom letzten Jahr auch dann nochmal am Start. Jetzt halt ein Gratissemote. Ist natürlich sehr, sehr nice. Und, da kann ich nur sagen, schnapp auf jeden Fall zu. Okay, und dann gibt es darunter noch weitere Gratissachen. Die sind ja auch vom letzten Jahr in die Kona-Mode. Da fällt man kurz hin und steht wieder auf. Und dann gibt es noch Regenbogen to go. Auch hier wieder mit dem Regenbogen. Eine passende Lackierung auch. Und noch einen Spray. Zweite Spray, drittes und vierte Spray. Alle Sachen nochmal am Start. Prisma Bright Paket auch nochmal zurück nach knapp einem Monat. Mit der Maisie, mit dem Rückenaccessoire, passende Hacke und Lackierung. Auch alles hier im Regenbogenlook. Und dann gibt es noch Uni-Paket. Das ist nur knapp einem Monat her. Nichts Besonderes. Die beiden Skins am Start, die auch schon sehr alt sind. Und dann machen wir direkt mal weiter. Bärchen nochmal zurück. Und die kleine Hub-Hacke. Passend dazu auch nochmal am Start. Unendlichkeits-Skin auch nochmal zurück mit ebenfalls passender Hacke. Und die Lackierung hier. Okay. Auch die Sachen sind nur so knapp einen Monat bis zwei Monate her. Und die täglichen Sachen fallen wir in Champing geblieben. Taktik-Offizieren 136 Tage her. Mystiana 113 Tage her. Buntglas 40 Tage. Teppich Red Junior 41 Tage. Und dann gibt es auch unendlicher Depp nach 36 Tagen. Und das Ju-Bestimmungsgemot nach 61 Tagen. Und das sind alle Sachen heute. Der Rest darunter hier ist gleich geblieben. Und somit natürlich das Besondere heute. Die Karte-Sachen.